sie da sind sie nicht ich glaube das ist noch ein Spawner hier geht's glaube ich weiter Moment F3 hilft ihnen an lebenslangen nein das ist hier hinten noch die Wand weiter dann ach da ist noch mehr als nicht etwas zugebaut nein mein Spitzhack ist kaputt ich hab's gefunden gefunden? ha Mama hier wo ich zugebaut hab hier unter dir da ist Eisen und das Ding pass auf oh oh sind runtergefallen hol du mal das Eisen ich hab nur noch eine Holzspitzhacke deswegen hab ich mir welche gemacht grab somebody sexy tell them hey give you every ach schon auf zu singen ich verrecke dann verrecke ich mit 13 13 ähm ja wo geht's denn jetzt weiter da wo du zugemacht hast hier ne? oder was oder wo? ich glaub warte mal kurz spicken kurz spicken äh unter uns geht's weiter unter uns dann mach uns mal den Weg frei oh man wir werden sowieso verrecken ah da ist ein Skelett da ist ein Skelett da ist ein Skelett das sind genau die ah da du Hure ich bin hier zurück ich bin hier zurück ich werde sterben da ist noch ein Zombie warte ich erledige ihn hab mich kaputt Junge okay ein Zombie ist tot oh da ist ein Creeper oh 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 nein okay er sprengt sich aber nicht oh mein Gott Tickei komm hoch warte ich hab Angst ich bin so fucking böse hier im Dunkeln man ich hab auch Angst scheiße egal lass uns das durchziehen jetzt warte warte von hier Alter da ist ein Creeper der Spassi nein hast du noch deinen Bogen und hast ein paar Pfeile ne ich hab den Bogen nicht mitgenommen fuck nein jetzt hab ich mein Schwert weggeschmissen die Bombe ist geplant was gut dann bleibt uns wohl keine andere Möglichkeit den Creeper den Creeper bang ich jetzt ne der Creeper spielt totemann geh mal da weg kurz ich mach das schon geh weg ich komm nicht dran scheiße ey ich geh noch eins tiefer Hurensohn ich hab vorher kein Fleisch mehr Entschuldigung für den Kraftausdruck aber es muss einfach sein ah Zombie und Creeper Zombie und Creeper Mama Beschütze mich mal schluss mein Eisenschwert rausholen Ha Highlander es kann nur einen geben stirb Creeper boom dich jawoll ok warte wenn wir 20 Eisen erreicht haben würde ich sagen dass wir gehen setz ich erstmal überall fucking hin oh da kommt schon wieder ein Creeper Alter ich glaub da oben ist ein Creeper Spawner kann das vielleicht sein hoch zieh ich mich erstmal zurück hier sollen wir erstmal hier zu sollen wir erstmal hochgehen da ist Kohle da ist richtig viel Kohle das brauch ich ja gut das ist ne Idee hast du noch nen Fackel ich hab sogar noch 25 oh hier ist richtig viel Kohle nice ich brauch richtig viel Kohle man ich hab gar keine Kohle mehr tschüss was Kohle gell ja das auch boah das war der epischste Dungeon den ich je erlebt hab hier oh danke ah ich hab noch 2 jetzt ich mein wir müssen hier zusammenhacken ok wie viel Fleisch hast du noch ich hab jetzt noch ein Fleisch und 3 Fische boah das ist voll viel Fische ich hab du scheiß Gravel ich rum ich fang hier dauernd runter ey aber was zur Hölle ist da oben das würd ich jetzt gern mal wissen ja ich auch aber bevor wir da hochgehen müssen wir uns erstmal böse ausrüsten das heißt Rüstung zurückbringen bevor wir irgendwie verrecken oh ja also darauf habe ich echt keinen Bock sollen wir jetzt mal erst zurückgehen ich mein der frisst da ist kein Chips Entschuldigung ja ich würde sagen wir gehen das mal zurück ok wo geht's dann wo geht's hier nochmal aus ich glaube irgendwo wo ja hier oder wo wir komplett so hingetan haben nein das habe ich gerade gehört ach so stimmt hä da kam die Creeper her ach hier geht's hoch hier geht's hoch ach da nach oben Mr. Thaddeus ok ok mal wegkloppen komm wo geht's lang da geht's lang ok oh Holzspitzhacke alter oh doch nicht da geht's lang wo geht's lang ah da geht's lang hier geht's lang hier links ah das ist der Mobspawner genau hey da ist noch Ding Moestone äh haben wir übersehen da ist noch einer oder gut da ist noch mehr Regal können wir auch später holen Alter wir haben 18 Eisen jetzt heißt jeder kriegt 9 dann haben wir 20 ich habe nämlich auch noch 2 echt? gut dann kriegt jeder 10 das reicht sogar noch für 2 Schaufen das ist 8 oh Gott ich höre ein Skelett ich habe mein Eisenschwert kein Ding ich kloppe es kaputt da geht's nicht das draußen dunkel draußen ist dunkel ich glaube du gesagt es ist draußen dunkel verdammt die scheiße wie machen wir das ja rausgehen wo bist du hier ach da bist du ich dachte schon ich bin dahin wir gehen jetzt raus und kloppen alles kaputt ok wir sind äh ich bin Highlander das kann nur eingeben wie komm ich hier raus äh hier ich habe irgendwie Angst weil wir haben irgendwie keine Fackeln ich hab doch Fackeln ist mich runtergefallen scheiße warte mal ich mach ein paar Fackeln weil das wird zu nichts ich hab doch so jetzt habe ich keine Kohle mehr warte warte oh das ist ein Skelett warte ho scheiß Zombie ich fick deine Mutter halt so ehrlich nein ich hab den Weg oder ja ich hab unser weg komm schnell So, das Skelett ist tot. Ich auch fast, scheiße. Oh, da ist eine Kuh. Oh, da ist ein Creeper, du Hurensohn, verpiss dich. Nein, hör auf, der ist direkt an der Hauswand. Doch, guck doch aus dem Fenster. Hallo. Lass ihn, lass ihn. Leute, da ist ein Schwein im Haus. Schwein töten. Ey, wir haben den Chess bekommen. Die stellen wir mal hier hin, oder? Ja, tu so ruhig dahin. Heilige Mutter Gottes, Alter. Ey, das ist immer krank, diese Orangen. Ja, und das war ja nur der Anfang. Oh Gott, wie genau. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt erstmal pennen. Ey, Edward ist wieder da. Edward, Digga, was geht? Und er hat seinen Bruder und seine Schwester mitgebracht. Ich geh schon mal das Eisen hier brennen. Und musst du ohne die Nieder. Ah, genau, genau, genau. Vier Kohle und Iron. Blind haben wir. Ey, wir haben voll viel aus bei dir gemacht, irgendwie. Schon. Dieser Creeper fuckt mich voll ab da draußen. Guck nicht so dumm. Ich hab' erobachtet uns. Was nice ist, dass wir zwei Buckets haben. Ah, du hast zwei Buckets jetzt? Nice. Ja, einmal, einmal. Das ist richtig gut. So, ich leg mich schon mal in die Kiste. Halt, ich geb' dir hier schon mal so'n Eimerchen. Ja, du einfach in die Truhe. Hast du's aufgehoben? Ne, aber ich hab' mich grad ins Bett gelegt. Achso, okay. Also, ich hab' acht Strings. Ach, da hast du den Eimer hängengeschmissen. Dankeschön. Geil. Dann leg ich mal das Holz rein und ich leg mich auch pennen. Hab' ins Bett. Scheiße, hab' auch so'n Screenshot gemacht. Und es wird irgendwie nicht Tag. Breaker ZZZ. Weißt du was, du hast da noch'n Bett. Schlägt mich jetzt neben dich. Äh, wieso wird's nicht Tag? Mama. Ah, es wurde Tag. Juhu. Wo ist der Creeper? Warte, wo ist der Creeper? Der ist weg. Doch, der ist immer noch da. Komm, wir machen das Glas kaputt und hauen den dann. Alter. Er boomt? Er boomt nicht, oder? Doch. Doch, er boomt. Warte, warte, warte. Geh' mal weg da. Nein. Der boomt nicht. Der boomt nicht, der fake. Der ist voller Faker. Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Du Wuchensohn. Egal, so viel hat er nicht weggesprengt von unserem Haus. Ah, ist mir runtergefallen. Gut, sagen wir's mal so. Er hat keine großen, gravierenden Schäden gemacht. Eigentlich nur in unserem Haus so'n bisschen. So'n bisschen rumgekratzt, ich mein. So, ich denke mal, jetzt an der Stelle hier gibt's auch wieder. Ist ja ein Cut. Moment. Äh, Kuh töten. Ich brauche eine Rüstung. Komm her, Kuh. Dann ist mein drive bei B Dinnerst col. Whiff. Und oh, wir gehen nach.